Du mit deinem blöden, blöden, blöden Laserstrahl, ey. Ah, komm schon. Also diese Kämpfe auf schwer sind unheimlich, sind echt unheimlich krass schwer. Das ist echt übel. Okay, ich muss es heute vielleicht auch angewöhnen, mich mehr zu verteidigen. Vor allem, wenn ich so kurz vorm Tod stehe. So, mein Freund. Ah. Burn, komm schon. Nein, lass mich bitte in Ruhe. Wow, krass. Ah, das war Sherry als Gruppenheilung. Mega. Ja, der eine ist doch schon jetzt fast tot. Oh oh, das sieht wirklich nicht gut aus. Jetzt lauf doch nicht immer von mir weg, mein Freund. Ah, nein. Und ich bin gerade irgendwie ein bisschen... Ja, Gruppenheilung. Ich liebe Sherry als Gruppenheilung. Das rettet einem echt manchmal so richtig den Arsch. Ah, fuck. Nein. Äh, Trank des Lebens. Komm schon, der ist doch schon so gut wie am Arsch. Komm schon, der eine ist doch schon fast erledigt. Oh nein, Sophie ist am Arsch. Verdammt. Aber die brauche ich für die Heilung. Nein. Oh, please. Sherry, tu irgendwas. 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 Ähm. Sehr schön. Objekt, Objekt, Objekt. Warum haben die eine Ablaufzeit? Das ist doch für den Arsch. Ich bin so schlecht. Es geht einfach nicht auf schwer. Es geht einfach nicht auf schwer. Oh, das ist schon echt deprimierend. Vielleicht hätte ich doch besser nochmal Pascal nehmen sollen. Ja, das ist irgendwie... Auf gemäßigt ist es einfach besser zu handeln. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich glaube, die haben da auch nicht so viel Lebensenergie. Wow. So ein E-Labs-Schub wäre jetzt halt echt praktisch, ne? Ich muss mal gucken, wie ist denn meine Strategie hier verteilt. Nee, vor allem E... Ausgeglichen. Immer. Passiv. Nur E. Verbündete schützen. Ja, wie ich mich selbst verteidige, ist ja klar. Verteidigung. Oft. Oft. Ja. Ja, Sherry, das wäre jetzt eigentlich praktisch hier gar nicht mehr drin, um irgendwie zu kämpfen, sondern wirklich nur noch zu heilen. Irgendwie habe ich das Gefühl, treffe ich den anderen viel öfters. Ah, komm schon. Du blöder, kleiner... Du blöde, kleine Krücke. Boah, ich liebe diese Attacke. Ich glaube, das ist, ähm... Hier unser Hauptmann, der diese geile Attacke macht. Boah, aber dieser Strahl ist schon echt übel. Wenn der einen echt mal voll drin hat, dann zieht der dich ab. Das ist ja der Hammer. Ah. Aber der eine ist fast so gut wie tot. Ja, genau diesen Angriff meinte ich, den die Fischer drauf haben. Na? Komm, du bist doch so gut wie tot, Mann, Junge. So gut wie tot. Boah, ich muss auch immer ein bisschen die Lebensenergie der anderen im Auge behalten. Ja! Damit war's, dass wir den einen schauen mal. Jetzt haben wir nur noch dich. Äh, wo bin ich denn? Ich vernehme mich mal immer gerne selbst in dem Kampf halt aus den Augen. Boah, der macht gerade einen Angriff. Boah, das bespricht ja sogar meine Verteidigung. Au! Sehr nice, Sherryer. Sehr gut. Ich bin wirklich stolz auf dich. Burn! Boah, ey. Komm schon! Der ist doch so gut wie tot, der ist... Yeah! Auch wenn es schon erbärmlich war, dass ich extra dafür die Schwierigkeitsstufe runterdrehen musste. Oh mein Gott. Wo ist Richard? Ah! Was macht er? Was versuchen jetzt zu tun? Jetzt! Nein! Aber... Das ist nicht möglich! Er ist... Er schützt den Valkonisten Kreuz! According zu unseren Instrumenten... Es gibt nichts mehr! Was machen wir? Was machen wir? Ich finde die Sicht von deinem Gesicht... wirklich... schrecklich! So lange wie du existierst... Wir können niemals wissen, dass wir keine Frieden haben! Wir werden das irgendwann mal einstellen. Also vorbereiten Sie sich. Wait! Sophie! Was ist denn? Nein... Richard... Richard ist mein Freund... Ich kann es nicht machen... Es wird... Es wird... alle so schrecklich... Sophie! Mach dich! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Jetzt... Ich bin... Asbel... über Richard... Ich bin... Wenn wir... ihn nicht... kurz verlaufen... etwas gut sein werden... Aber... Aber... Richard ist unsere Freundin! Also... Es ist falsch... ihn... Die Zeugen zu ihm... Und zwar... Ich versuchte... Ich versuchte ihn... Ich versuchte ihn... Sofie, wir alle fühlen so schlecht. Wir müssen wissen, warum er diese Dinge macht bevor wir ihn kämpfen. Es ist so strange. Ich verstehe was passiert. Wie war King Richard so ein Fett? Ich verstehe, Leute. Auch ich weiß nicht, was zu machen. Aber das ist schrecklich. Was wird mit unserer Nation passieren ohne die Valkonist Krius? Hasbel, was du sagst dem Präsidenten? Ich werde ihm die Wahrheit erzählen. Ich denke, das ist alles, was wir jetzt tun können. Richard sah das gleiche. Er sah wie er, als wir in Launt. Was hat er passiert? Ich denke, das ist alles. Hasbel, wird Richard immer so sein, wie er jetzt ist? Ich bin sicher. Ich hoffe nicht. Nein. Ich glaube nicht, das zu glauben. Komm schon, wir gehen zurück und sehen den Präsidenten. Oh, Mann. Oh, Mann. Äh, stockfinster. Ich glaube ihr echt gerne, dass das ganz schön krass ist für sie. Oh, hier hinten ist nichts. Hm. Ich dachte, das letzte Mal, dass ich hier hinten irgendwo eine Kiste gesehen hatte. Früher, also im vorherigen Spieleverlauf. Was heißt im vorherigen Spieleverlauf? Also vorher, als ich das das erste Mal gespielt habe. Aber das scheint nicht so zu sein. Seltsam. Okay, egal. Mal schauen, ob jetzt hier wieder was ist. Nope. Ah, ich kann hier jetzt auch wieder hier durch. Das ist voll toll. Willkommen, T-Markt. Äh, dualisieren. Hatte ich da nicht irgendwie was eingesammelt, was... Oh, das kann mit nichts dualisiert werden von meinen jetzigen Waffen. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ah, frisch. Äh, und Ruinenstab? Schroff. Ich finde das Waffendesign sehr, sehr toll. Muss ich wirklich sagen. Okay, ähm... Dann wechsle ich die Tunika von... Genau. Und verkaufe die. Nein, ich wollte eigentlich das alles jetzt nochmal dualisieren. Erstmal die Kampftunika. Ah, da habe ich ja direkt was. Da habe ich auch was, was passt. Ähm... Hier auch. Ah, sehr schön. Na, das funktioniert doch super. Nice. Alles klar. Mixer natürlich wieder laden. Krass, wie viel Galt ich schon gesammelt habe. Das ist echt so cool. Ah, dann heißt es jetzt erstmal zurücklaufen und dem Präsidenten davon erzählen. Ich glaube nicht, dass der Happy da drüber ist, was passiert ist. Fassung bewahren. Warum würde Richard so etwas tun? Wait. Wenn er hier so schnell ist, kann er nicht so schnell gehen? Oh, mein Gott. Lant! Ist er... Ist Hubert still safe? Stand down, both of you. Wir haben ein Job zu machen. Und es ist kein Worrying über King Richard oder Ihr Bruder. Wie können Sie... Aber... Captain! Pull yourselves zusammen. Wir müssen zurückkommen zu Euliberte und zu dem Präsidenten. Lant kommt. Lant kommt. Erstaunlich, wie... Wie krass der immer... Die Fassung bewahren kann und da einen Überblick behält. Das finde ich... Finde ich total toll. Aber er ist halt auch ein Erwachsener und er hat die Ritterakademie abgeschlossen. Er ist seit Ewigkeiten ein Ritter. Der hat das einfach im Blut. Das ist einfach... Ja, es ist so. Ne? Was man einmal im Blut hat, das verlebt man halt auch einfach so schnell nicht. Awww. Die ganzen Abkürzungen. Was ist das denn für ein hüpfender Zwerg? Das sah im ersten Moment aus wie so ein kleiner Pinguin. Sau süß. Ah, hier glitzert auch wieder was. Äh, wie komme ich denn jetzt nochmal zurück? Loserberg. Ah, ja das war ja die komische Insel. ... ...